was ein marathon termin oh mein gott und endlich was trinken wir kommen zu einem neuen blog ich bin ganz schön ganz fresh ich bin auch schon geduscht und ich gehe jetzt gleich aus dem haus ist 7 35 ich bin noch nicht so fresh weil ich war gestern abend meinen anzug anprobieren habe ich noch direkt mitgenommen er passt perfekt es wurde nur noch mal die länge von der hose ein bisschen angepasst ansonsten was der mega ich bin total begeistert von so einem anzug ist ich bin gespannt so ein krasser unterschied also ich hätte ich nicht gedacht dass es so ein unterschied ist von dem anzug zur stange und danach war ich noch bei einem freund helfen zu streichen die sie nämlich heute um und haben wir jetzt noch zwei räume gestrichen heute ziehen sie um ja also ein paar kisten umgezogen und dann war ich erst um 24 deswegen alles etwas ja und für mich geht es jetzt zu meiner frauenärztin ich habe nämlich heute den zuckertest also da wird überprüft ob man eine schwangerschaftsdiabetes entwickelt hat man muss nüchtern kommen das heißt ich habe das letzte mal gestern abend um acht was gegessen ich hatte heute morgen auch kein tee ist für mich ein relativ dramatischer starteten tag ja und nur wenige schlücke wasser keine ahnung ob ich da jetzt gleich in den becher pinkeln kann aber gut das werden die dann schon auch wissen ja und dann muss man wohl so eine zuckerflüssigkeit trinken und dann werden die blutwerte davor und danach gemessen und dann muss ich da zwei stunden bleiben ich muss aber ich direkt den großen test machen weil ich privat versichert bin katsching katsching da macht man da werden wohl direkt die großen tests gemacht wahrscheinlich ich habe mir so im nachhinein überlegt wahrscheinlich hätte ich auch sagen können ich will das nicht ich will einfach nur den kleinen test machen weil der ist so ein bisschen entspannter muss man nicht nüchtern kommen muss man nicht so lange bleiben und dann macht man also das macht man mit gesetzlich versicherten und nur wenn der auffällig ist dann wird der große test gemacht ja und bei privat versicherten direkt der große test gemacht weil man da vermutlich mehr für abrechnen kann schätze ich mal korrigiert mich gerne in kommentaren falls das nicht der fall ist da gibt es pfannkuchen hast du pfannkuchen gestern gemacht ich hatte zum abendessen pfannkuchen und wie kannst du jetzt frühstücken darf ich ein zwei frühstücken ich habe das gesehen war so oh mein gott ja ich habe richtig geile pfannkuchen gemacht gestern abend es gibt auch nicht ich habe hummus gemacht selber was im kühlschrank da sind noch ein paar geschnittene karotten da ist auch noch mais in so einer schüssel abgedeckt und ich habe süße gemacht du kannst mir ja was mit dem apfelmus übrig lassen ok ich habe halt die süß belegt mit apfelmus also wenn du mir da ein bisschen was lässt dann freue ich mich nach ich mache mir schoko glaube ich eine banane oder sowas haben wir leider nicht banane jetzt guckt euch mal das an selber gemachter hummus der riecht richtig gut wie man wieder gemacht hat so könnte ich jeden morgen aufstehen mit so geilen pancakes geilo jetzt einfach zusammenrollen und dann verspeisen und hier verrate ich mich schon selber es gab schon einen schokopfannkuchen drei pfannkuchen habe ich schon gegessen mal gucken ob ich noch mehr ist nebenher mache ich hier ein melz und das mache ich jetzt einfach auch noch weiter was ein marathon termin oh mein gott und endlich was trinken halleluja es ist jetzt 10.46 Uhr und um 8 war mein termin ja und da durfte ich natürlich die ganze zeit nichts trinken und nichts essen sehr froh dass das jetzt abgehakt ist alles gut meine werte sind prima und dann geht es zurück nach hause aber ich fand es schon zäh also ich fand diesen zuckertest schon sehr geschichte zum einen dieser saft wirklich widerlich für jemanden wie mich die gerne salzig ist die gerne wasser und ungesüßte getränke trinkt nicht so viel bock halt einfach auf süß hat und dann nüchtern so ein zuckerwasser trinken erst mal zu die ersten 20 minuten ging es mir auch richtig gut danach dann habe ich gemerkt dass mein kreislauf da nicht so viel bock drauf hat und die hatten vorher zu mir gesagt wenn ich merke dass mir irgendwie schwindelig wird oder so soll ich einfach bescheid geben dann kann ich mich auf eine liege legen und das habe ich dann einfach meinen anspruch genommen da dachte ich mir so ich muss jetzt nicht wartezimmer so einen auf strong fighter machen weil ich bin schon eine person die nicht so gerne jammert und sich auch nicht so gerne anmerken lässt dass ihr nicht so gut geht und so und er so ein bisschen toughen up a little bit mäßige einstellung hat und ich dachte mir da jetzt in dem fall wem will ich eigentlich was beweisen gar keine lust dann habe ich mich auf die liege gelegt und dann wurde es erstmal nicht besser weil ich habe auf dem rücken und ich glaube das war dann auch wirklich so dieses vena kava syndrom also dass das kind da so ein bisschen die die hauptversorgung ab klemmt müssen auch so ein bisschen schlecht geworden und dann habe ich mich auf die seite gelegt und dann wird es wirklich richtig schnell besser und dann habe ich mich da so vor mich hin gedöst und dann war die erste stunde auch schon rum dann wurde mir blut abgenommen und so die erden also nach der ersten stunde war es wirklich also kein vergleich dann war eigentlich wieder alles okay und dann wird nach der zweiten stunde ja noch mal blut abgenommen um zu gucken wie ob der zuckerwert wieder abgebaut wird also ob die bauchspeicheldrüse ordentlich arbeitet ist alles wieder fantastisch gewesen eigentlich wieder wie vorher und dann durfte ich jetzt gehen war aber auch viel los in der praxis und wir haben noch ein cdg geschrieben und deswegen hat alles ein bisschen länger gedauert und jetzt fahre ich nach hause um gottes willen und dann beginnt ein normaler arbeitstag jetzt fühle ich mich irgendwie so völlig mußig aber ich muss erst mal was richtiges essen zu hause ich habe jetzt gerade die komplette werkstatt aufgeräumt und werde ein video drehen und zwar mit den fließen hier es wird vermutlich so ende august kommen während wir im urlaub sind und ja ich drehe jetzt mal das video ich habe gerade eine nachricht auf instagram bekommen ich weiß nicht ob es auch unter dem letzten blog war auf jeden fall eingeschrieben dass sie es irgendwie schade findet dass wir nicht den stationären handel unterstützen sondern da nur ausprobieren im handel und dann irgendwie einen gebrauchten wagen kaufen und ich habe mir darüber gedanken gemacht und natürlich ist es irgendwie unfair wenn man sagt man geht da einfach nur hin und nutzt die dienstleistung von dem händler und testet da die bägen und guckt was einem am besten gefällt und dann guckt man auf ebay kleinanzeigen und kauft halt da dann zum beispiel in den gebrauchten wagen auf der anderen seite muss ich sagen finde ich halt auch voll gut wenn man einfach gebrauchte sachen kauft und ich kann teilweise auch verstehen wenn leute tatsächlich auch in stationären handel gehen und da was ausprobieren und dann online gucken und dann halt sehen der kinderwagen ist dort 100 euro günstiger dass sie den dann da bestellen ist natürlich super unfair aber das hat irgendwie hat so das internet mit sich gebracht und ich glaube man muss da irgendwie eine neue lösung für den handel teilweise finden weil ich finde es auch total unfair wenn der handel halt da quasi kostenlos die dienstleistung der beratung und das ausprobieren anbietet und dann aber viele einfach was gebrauchtes oder irgendwo anders das bestellen vielleicht ich wäre auch bereit natürlich dafür zu zahlen für diese dienstleistung vielleicht wäre es auch cool wenn der handel wie so eine vermittlungsplattform teilweise wäre das heißt man würde einfach irgendwie sagen ich hätte gern jetzt in unserem fall das tfk modell und dann würden die gucken gibt es irgendwo in gebrauchten den ich euch anbieten kann oder was ist der beste preis für euch und gar nicht so ihr könnt nur neu einfach bei uns kaufen sondern vielleicht auch einfach eine gebrauchtwagen börse mit dabei haben ja es ist auf jeden fall ein spannendes und wichtiges thema irgendwie ich bin gespannt wie sich da der handel wohin er sich entwickelt also irgendwie muss er sich natürlich entwickeln ihr könnt ja mal eure meinung dazu schreiben also natürlich wenn es jetzt irgendwie so ein kinderwagen wenn wir sagen wir wollen neuen kinderwagen und der kostet 30 euro oder 50 euro mehr im stationären handel wäre ich locker bereit das auch zu zahlen und würde das natürlich bezahlen für diese dienstleistung aber gerade im gebraucht kinderwagen bereich oder allgemein auch gebrauchtwagen ist es natürlich irgendwie schwierig weil das haben die händler ja gar nicht ja schwieriges thema was ich aber wichtig finde dass weiterhin halten handel gibt weil da gibt es halt einfach unabhängig 15 20 marken von verschiedenen kinderwerken jetzt dieses beispiel die ich ausprobieren kann weil sonst geht der trend ja teilweise hin dass immer mehr marken so ihre eigenen stores haben wo man ausprobiert wo man hingeht wo man aber nichts direkt dort kauft sondern halt dann in dem laden online bestellt und dann wird es einem nach hause geliefert da ist aber halt finde ich voll das problem dass man gar nicht alle marken dann kennenlernt weil es halt nur diese eine marke ist die man dort ausprobieren kann deshalb finde ich es eigentlich schon wichtig so unabhängige händler zu haben aber irgendwie brauchst dafür ein neues konzept finde ich ja das waren so meine gedanken mit denen ich heute morgen so ein bisschen mehr im kopf überlegt habe was man da machen könnte oder was da die probleme sind könnt ihr auch mal irgendwas dazu schreiben und ich werde jetzt auf jeden fall mal hier drehen leute es lief nicht so wie geplant diesen kleb den ich benutzt habe ey der macht eine scheinerei das ist noch so ein restkleb ich krieg das einfach nicht weg meine hände sind einfach schwarz das klebt jetzt auch überall an den fliesen ja jetzt lass ich es mal trocknen hoffe es trocknet überhaupt aber ja ich muss jetzt was essen und dann geht es zu 13 uhr teambesprechung und jetzt ist schon viertel vor eins da habe ich gar nicht mehr viel zeit was zu essen aber wenn der kleber hält und trocknet dann wird es glaube ich ein ziemlich cooles tischchen werden ich bin heimgekommen also irgendwie dieser tag heute das hat mich richtig fertig gemacht hab was gegessen und dann bin ich auf die couch gefallen und bin so tief eingeschlafen ich hatte mir keinen wecker gestellt und ich glaube ich war zwei stunden weg oder sowas und ist also mein körper hat das richtig gebraucht und ich kriege ja sehr viele nachrichten und habe dadurch einblick in das leben sehr vieler frauen die nicht nur so in meiner bubble leben und muss sagen ich finde es so schade dass das system es frauen so wenig ermöglicht sich diese ruhepausen zu nehmen bis ich meine also ich habe jetzt das große glück selbstständig arbeiten zu können und mir die zeit halt einfach einzuteilen und ich kann jetzt halt mittags zwei stunden schlafen ich könnte heute abend länger machen oder ich kann am wochenende dafür was arbeiten oder wie auch immer ich bin halt für meinen eigenen shit verantwortlich und wenn ich das nicht hinkriegt dann ist das mein problem sozusagen aber wenn man angestellt arbeitet dann muss man in der regel ja bestimmte arbeitszeiten erfüllen beispielsweise oder wie auch immer und kann ich einfach sagen ich mache mal hier zwei stunden nap an meinem arbeitsplatz und mir schreiben immer wieder frauen dass sie dann sich halt also ins beschäftigungsverbot gehen konnten oder sich das halt haben bestätigen lassen von dem arzt und so weiter einfach um dem nicht mehr ausgesetzt zu sein ich hatte das mit unserer nachbarin davon die unter sehr heftiger übelkeit in der schwangerschaft gelitten hat und sich deswegen immer wieder krank schreiben lassen musste und dann halt von den kollegen und kolleginnen irgendwie so kacke behandelt wurde und sich dann letztendlich komplett hat freistellen lassen von der arbeit weil sie das alles nicht mehr ausgehalten hat und ich finde es ist so schade wie die gesellschaft an der stelle eigentlich mit schwangeren umgeht und halt so sätze wie du bist schwanger nicht krank sich einfach fest etabliert haben und ich will mich selber davon nicht frei sprechen das ist was was ich über mich selber am anfang auch gesagt habe ich bin schwanger und nicht krank ich bin auch nicht krank wir sind auch nicht krank wenn wir schwanger sind aber trotzdem haben wir unseren körper nicht für uns alleine produzieren einfach einen menschen das muss man sich halt einfach mal wieder so vor augen rufen und es ist völlig okay wenn man dann auch mal in den seilen hängt und ich finde es sollte viel mehr supportet werden dass man sich halt diese ruhe auch einfach gönnen kann und jede die möglichkeit hat sich hinzulegen wenn sie merkt irgendwie ist mir das heute zu viel und ich kann heute einfach nicht 100 prozent geben das ist mir heute einfach wieder aufgefallen wie privilegiert meine situation ist und wie schade ich es einfach auch finde dass das so vielen frauen nicht ermöglicht wird ja keine ahnung wenn sie da irgendwie was zu sagen habt oder berichten möchtet wie das bei euch in der schwangerschaft war könnt ihr das sehr gerne tun ich habe nämlich in dem was in die friedliche geburt in dem podcast oder war es in dem hörbuch elternkompass ich höre so viele sagen dass ich es dann schon gar nicht mehr weiß aber irgendwo wurde gesagt dass wir alle besser mit den schwangeren in unserer gesellschaft umgehen sollten und dass dann das zum wohle der ganzen gesellschaft wäre weil in diesen schwangeren ja wieder die nächste generation heranwächst und so weiter und man ja auch einfach weiß dass die psychische verfassung und natürlich auch die körperliche einer mutter direkte auswirkungen auf das kind hat deswegen macht das in meinen augen schon alles sinn was ein tag bei mir her ich war dann noch bei bretter lang es war sehr sehr erfolgreich bin aber echt ein bisschen durch jetzt irgendwie wir gehen aber jetzt noch zu einem einrichtungsladen in tübingen hecht heißt er da habe ich auch diese farbigen boxen her für den camper so kleinere die sind mega schön finde ich diese kunststoff dinger die gibt sind ganz ganz vielen verschiedenen farben und wir gucken nach einem sofa ich war ja gestern abend bei moritz helfen zu streichen ewig lang noch und die haben mir gesagt sie wollen exakt unsere couch haben und warten bis sie reduziert ist und dann habe ich gesagt wir wollen eigentlich irgendwann eine neue couch haben wir wollen sie halt eigentlich hergeben weil sie ist ja noch so gut aber jetzt in die moritz übernehmen würde dann wäre es natürlich mega und dann könnten wir uns hier eine andere couch holen das heißt wir gehen in den laden und gucken mal nach einer couch ob wir da was schönes finden wir haben schon so ein paar sachen im auge finden halt so eine court couch auch richtig cool so eine breitere court couch gibt es von wetzack fetzack keine ahnung wie man das ausspricht ist immer eine ganz coole marke finde ich so ein bisschen größere wo man halt auch irgendwie als familie dann ein bisschen mehr platz hat weil unsere couch reicht gerade so zu zweit darauf zu legen aber irgendwie zu dritt ist es dann hat auch echt zu klein das ist ja noch die die wir aus der alten wohnung haben wenn wir zwar so ein extra so ein extra stuhl hier noch quasi oder wie man das nennt so ein extra teil aber sie ist halt mega schmal und nicht breit und wir wollen halt ein bisschen was breiteres damit man da halt zu dritt nebeneinander auch dann irgendwie liegen kann oder halt auch zu fünf dann weil euch gibt es ja auch noch und ihr legt ja beide hier gerne auf der couch wenn ich das so mehr anguckt nach jungs und was gerade auch auf uns gewartet hat ist diese etpt box wir haben jetzt umbestellt in eine andere box und zwar in so eine mischbox ein bisschen kleiner also jetzt ist auch noch obst drin lecker hier mit honigmelone ich glaube ja mega also jetzt haben wir halt ein bisschen obst und ein bisschen weniger gemüse weil wir das fast nicht zu zweit verarbeitet bekommen haben aber so ist es jetzt richtig cool da schauen wir dann nachher was wir da heute abend zum essen machen jetzt geht es aber erst mal los dass die couch der begierde eigentlich auch in der farbe das ist nicht so unsere größe eigentlich großmutter schön tief halt auf jeden fall ja das ist auch tiefer als das was wir haben ja ja das tiefer wenn man hier reinkommt ich finde es riecht ist einfach instant urlaubsgeruch bald schatz bald so fahren wir nicht gekauft natürlich wir haben es einfach mal angeschaut mal gucken ob das überhaupt uns irgendwie taugt oder nicht die dinge haben wir aber gekauft noch mal zwei so boxen jetzt in was ist meine farbe rosa lila rosa und flieder ja und die kommen auch da unten rein ach guck mal wir haben sogar vier 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 nicht vier verschiedene haben die sind gleich oder das sieht richtig schön aus sogar hier am rand jeweils noch platz der das platz für noch mal eine oder man macht da halt was anderes ach so ja oder man muss halt unten was anderes noch hin ach so dass die das da oben drei drin sind und unten keine boxen sondern was anderes aber das können wir immer noch schauen wenn wir das packen dann ist doch traumhaft mit dem regalchen hier wobei ich glaube ich fast besser finde hier was zu haben was nicht in boxen ist weil sonst weißt du da kommt die hier kann man gut auch mal so machen aber hier ja wobei doch kommt man schon auch gut rein ja das rosa gefällt mir irgendwie gut können wir immer noch wählen und wischen und machen und jetzt abkochen jetzt schauen wir doch mal was hier alles in der etepetete box wieder drin ist was wir heute kochen können ach geil schon wieder so eine laufende karotte hier mini karotten wieder das ist ja einfach so das ding von etepetete das hier rum ist nicht so schön gewachsenes gemüse was halt nicht der norm entspricht hier in diese box kommt also so eine retter box das heißt das gemüse was eigentlich es nicht schaffen würde in den supermarkt zu kommen wie diese freaky gurke hier wird hier gerettet und dann versendet in so boxen wir hatten davor die familien box jetzt haben wir die classic box die ist ein bisschen kleiner und wir haben diesmal und auch die classic box gemischt ausgewählt das heißt es ist gemüse und obst zusammen bei marie aktuell sehr viel bock auf obst haben ja was ist das ist eine blutorange pampelmuse pampelmuse ja meine pomelo ist weiß ne wir essen das vielleicht heute abend auch direkt honigmelonen das habe ich vorhin schon gezeigt das ist meine komplett allerliebste liebe das macht einfach auch immer wieder spaß hier sachen zu entdecken das gemüse wirklich so wachsen kann das ist der hammer was sind das für krönchen das sind wirklich krönchen da kann man niemand mehr sagen das ist ein mölchen mölchen wollte eigentlich die tolle ich habe das nämlich vorhin rausgeholt und mir gedacht auch geil so eine ochsenherztomate oder sowas aber hoch was ist denn mit der falsch ne das ist einfach eine paprika schon so eine paprika gesehen die wäre vielleicht gerne ochsenherztomate im nächsten leben dann meine liebe sind es zitronen oder großgewachsene nemetten nicht limonen aber bei etipete sind nicht nur krumm gewachsene sachen drin sondern zb auch über produktion jetzt gerade also das war im letzten jahr ganz viel so als die restaurants schließen mussten aufgrund von corona das ist ja der natur egal die felder waren ja trotzdem schon gepflanzt und das musste ja trotzdem irgendwie alles weg gerade so viele kartoffeln und sowas und das wird dann zum beispiel auch von etipete abgenommen man kann es aber auf der website auch immer noch mal nachlesen was in dem oder in der woche oder in dem monat und so in den boxen drin sein wird und so wenn eines interessiert und es ist alles bio qualität übrigens wir verlinken weil ich unten auch noch mal alles in der infobox und wir haben wieder auch einen code für euch und spart ihr euch was für die erste box also vorbei falls euch interessiert wir haben die jetzt schon eine ganze weile uns einfach recht cool weil man auch nicht immer einkaufen muss und man hat immer geiles verschiedenes regionales und saisonales gemüse so die die tobt alles schatz halte ich fest also ich würde sagen die gibt es heute abend auf jeden fall zum abendessen ich denke es reicht auch oder das wollte ich sie auf einen habs aufessen auch ein bisschen vitamin b12 oh ok So, ich würde sagen, das sieht sehr köstlich aus Wir haben hier so einen Karottensalat mit Gurken drin gemacht Und das Coole ist, wir haben die Gurken so ausgehöhlt Und dieses Fruchtfleisch von den Gurken Dann verwendet für die Soße mit Joghurt noch Und hier Kartoffeln und so Scheiben diesmal geschnitten Haben wir bei Freunden am Wochenende gesehen und waren sehr inspiriert Schmeckt nämlich auch geil, Kartoffeln so zu machen Süßkartoffeln, Rote Beete, Kürbis Also eine ziemlich große Vielfalt an verschiedenen Gemüse gibt es heute Abend bei uns Jams, da habe ich jetzt richtig Bock Also Essen war sehr köstlich Und wir haben jetzt die Ich weiß nicht, was wir vorhin gesagt haben Ich glaube, es ist aber jetzt eine Grapefruit Aufgeschnitten und naschen die noch Also ja, keine Ahnung Hier gibt es ja so viele Namen Pampelmuse, Pomelone, Pomelo Grapefruit, was weiß ich, Blutorange Aber ich glaube, es ist eine Grapefruit Ja, und dann habe ich angefangen zu schälen Eigentlich schneidet man die ja auf und löffelt die so aus Aber so kann man es bestimmt auch machen An dieser Stelle hoffe ich sehr, euch hat der Vlog gefallen Wenn ja, dürft ihr sehr gerne einen Kommentar da lassen Und auch einen Daumen nach oben und so Ja, ihr wisst gescheit Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder Zu einem neuen Vlog Macht's gut Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht Und bis dann Tschüss Tschüss